Kai, wir haben Infos über eine Gruppe erhalten, die zu deiner Beschreibung passt. Sie hat sich im Kornspeicher eingenistet. Wenn diese Banditen die Höhle leergeräumt haben und unseren Bruder Ork können irgendwo festhalten, dann mit Sicherheit dort. Ich seh's mir mal an. Wir wissen, dass das Risiko groß ist, aber es könnte unsere letzte Chance sein zu finden, wonach wir alle suchen. Oh, die ist jetzt auch schwierig, aber grün. Alles klar, also. Dann begeben wir uns zum Kornspeicher, wo ist der? Der ist gar nicht so weit weg. Wo ist denn der Kornspeicher? Ach, da unten. Oh nee, wieder ganz runterfahren. Warte, 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 warte. Ich brauch, warte, 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 warte. Ich muss mir ein paar Medikids bauen. Ja, ich nicht. Wiesel hast denn du? 99. Ja, ich hab vorher bei den Deppen da. Ja, ich hab doch da bei diesen Deppen, habe ich gebaut wie verrückt, man. Da, wo die Rakete gezündet haben. Ja? Ja. Ach so, okay. Da habe ich gebaut wie verrückt. Und was macht unser Ninja schon wieder? Der Ninja hat in der Gegend rum. Was macht der? Looten. Was looten? Wieso blutest du? Ach, du blutest. Was willst du unbedingt bauen? Ich kaufe Kfz-Materialien, damit ich reparieren kann. Mir fehlt Gummi. Gummi. Und wo machst du ihn? Wo bist du grad, Snooby? Ich bin jetzt wieder da. Ich guck mal, ich guck mal, wo ich jetzt hier, ah, Wendigkeit, Fertigkeit, ah, okay. Was ist das? Und das, äh, Rückschlag betäubt den Beißer, drei Sekunden lang. Ah, okay. Ja, machen wir mal. Und dann habe ich noch eine normale Legende-Stufe. Äh. Ein-Hand-Waffen, zwei-Hand-Waffen. Ja, machen wir mal. Zwei-Hand-Waffen nochmal drauf. Fertigkeit kaufen. Und dann... Fahrerstufe. Drei Stufen bin ich da gestiegen. Benzin-Effizienz zwei. Da war ja was. Fahrerstufe. Ich kann jetzt auch die UV-Scheinwerfer kaufen. Nitro. Fernbediener. Heimwerker. Aha. Warum nicht? Kaufen wir das. Offroad-Federung. Ja, kaufen wir auch. Und Benzin-Effizienz. Ja. Sehr schön. Okay. Seid ihr soweit? Yep. Also. Auf geht's zum Kornspeicher. Ich freu mich. Nichts. Woher weißt du das? Weil ich das weiß. Immer heizen. Immer heizen. Yeah. Heizen. Jetzt müssen wir wieder ganz runterfahren. Fast wieder zu Attila. Weil ich seh'n Scheiß, Alter. Wieso? Weil die Wann hier wieder auf Staub aufwirbelt. Ich dachte, das ist besser geworden. Scheiß, dringlich ist es besser geworden. Ich. Das gehört zum Spielen. Vorsicht, Gift. So'n Blödsinn. Ich... ...pixen, Alter. Nee. Ich meinte, die auch nicht schau'n. Okay, jetzt müssen wir wieder schanzen. Wuhu! Nein. Was ist? Ich bin auf meinem Rote. Und unter mir sind tausende politiziert. Soll wir den retten? Na wahr. Selber schuld. Man geht nicht raus, wenn Zombie Apokalypse ist. Äh, warte mal. Ich guck mal... Ich guck mal, welch... Oh, ich muss tanken. Wenn wir jetzt die... Straße... Wir könnten auch... ...auf den Schienen entlangfahren. Wo sind die Schienen? Wenn wir die Schienen runterfahren, dann kommen wir auch hin. Ey Leute, warte mal, ich muss tanken. Habt ihr gehört? Ja, ja. Wir heizen nur kurz hier durch die Safe Zone. Wart mal auf der anderen Seite. Ja, 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 Leute, fahrt hier. Ja, 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 ich komm sofort nach. Bäh. Was ist los? Kommt Zombies oder was? Boomer? Ich hab grad so... Mich hat grad so'n Dicker gejagt. Scheiße. Will's? Boomer, Boomer, Boomer. Ey, was war das? Boah. Ich hab mal wieder alles ins Gesicht gekriegt. Und sie kommen. Also ich fahr jetzt weg, Alter. Weil jetzt kommen die Runner... Weil scheiße Boomer... Plattge... Bist du hinter uns? Nu, bist du hinter uns? Da vorne ist der Kornspeicher. Wie? Ja, ich fahr doch schon. Dann gib doch Antwort. Verdammt, normal. Ich seh nix mehr. Ich seh nix mehr. Hier im Industriegebiet. Hier ist der Kornspeicher. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, ob das die Tune da was bringt. Ganz ehrlich. Doch. Weil irgendwie... Vom Endspeed merke ich nichts. Ja, aber von der Beschleunigung, die Sauen, es geht nix mehr kaputt. Ah! Verdammt nochmal. Vorsicht, Zombies! Das war aber Haran-Virus. Was ist denn Virus? Keine Ahnung. Irgendwas mit Haran-Virus? Da kommt tausend Stück. Guck mal, wie viele da kommen. Wieso das denn eigentlich? Egal, töte sie einfach. Da oben war da keiner. Alter, der schießt auf uns. Was? Oder? Ich weiß es nicht. Ah! Aua! Hey, verdammt nochmal. Ich geh mal hier hoch. Alter, ich bin fast hoch. Ja, komm mal hier hoch. Der schießt auf uns, glaube ich. Oder? Ja, das sind verdammt nochmal... Alter, packt eure Bummen aus, eure... Okay. Habt ihr? Alter, die schießen auf uns. Dreckssäcke. Ach! Verpiss dich! Oh nein, ich bin tot. Alter, und um mich rum sind überall Zombies, Alter. Boah, verpisst euch mal ne Sekunde, ey! Könnt ihr mich holen? Ja, ich probier's, ich probier's. Ich muss dich scheiß runnern, oder? Sonst kann ich gar nix machen. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Alter. Ich kümmere mich mal um die Zombies, Alter. Dass die ein bisschen weniger Zombies sind. Alter, aber da kommen immer mehr. Ich dachte... Das hört gar nicht mehr auf. Das sind Raiz-Männer, ja. Und die schießen verdammt gut. Ja, aber weißt du das? Ja, die schießen und dann kommen Runner die ganze Zeit. Wir können gar nichts machen. Kannst dich den Rücken frei halten. Mach die mit der Armbrust. Okay, hab einen erwischt. Ne, wir versuchen's. Hier. Ich hab auch einen schon mit der Armbrust erledigt. Aber die Zombies sind halt das Problem. Alter, geh mir nicht mit dem Geist, Alter. Da kommt noch einer. Welche? Okay, Zombies platt. Wie sieht's mit Raiz-Männer aus? Sind die jetzt platt? Ich seh keine mehr. Das waren alle, oder? Alter, wie viele Zombies hier sind. Wie viele Pakete hier liegen. Ich muss mich erst mal heilen. Scheiße! Oh, die haben mich. Die haben mich voll überrascht. Ich lieg schon wieder am Boden. Ja, wir holen dich. Wir holen dich. Alter, wo kommen die jetzt her? Oh. Richtig? Hab ich dich? Ja, ja, ja. Ich bin oben. Kommt hoch. Kommt hoch. Ja. Da schießt noch einer. Ich könnte mich umlegen. Ich guck mal, hier hab ich auf die Zombies. Wo schießt der? Der ist schon wieder weggerannt. Ja. Glaube ich hat ihn. Nein, der läuft noch. Okay. Ich packe gleich meine Flinte aus, ey. Nein, nein, das ist zu laut. Nein, nein. Dann kommen wieder hier Runner. Alter, das ist schon übertrieben, wie viele Zombies. Doch, ich hab den. Ich seh da keinen mehr. Also, ich muss hier erst mal jetzt Pakete einsammeln. Nein, da kommen nur mehr Zombies. Ja. Das ist gar nicht mehr auf. Wir müssen Orkan finden, auf jeden Fall. Musst du uns da jetzt irgendwie durchschnetzeln. Alles klar, mach mal. Aber lass mich hier ganz kurz noch, das ist ja... ...mhm... ...mhm... Äh, ich glaub, wir müssen uns hier einschauen. Och nein, die sind schon wieder in Runner. Ich hör... Warum kommen die denn dauernd? Da ballert noch einer. Ich dachte, wir haben alle. Nein, ich hab grad Schüsse gesehen. Ja, komm, wir prügeln uns hoch. Das hat keinen Sinn. Los. Ich hör' ihn. Ich hör' ihn. Ich hör' ihn, aber ich weiß es nicht. Ach du Scheiße, wo geht's denn hoch? Die sind überall Zombies, verflucht nochmal. Oh toll, meine beste Waffe ist jetzt im Arsch. Das war meine beste Waffe. Die ist jetzt kaputt. Ich kann sie nicht mehr reparieren. Scheiße. Ähm... Was? Da. Schade. Ich hab... Ich hab' ihn erledigt. Okay. Dann komm und helf uns jetzt hier, sauber zu machen. Es sind so viele Zombies. Das ist nicht mehr normal. Ich hab' das mit ihm nicht sauber. Ich hör' einen aber noch rumschreien. Ja, aber das... Ich sag' doch immer, dass er aufhört. Ich glaub' das ist nicht. Warte mal, ich check das. Ich kümmere dich um die Zombies. Ja, ja. Wir kommen mit. Ich hab' keinen Bock mehr auf die Zombies. Geht's hier irgendwo hoch. Können wir vielleicht einfach nur hier hochklettern. Los, den Endhaken. Verdammt, das geht gar nicht. Ne. Doch, mit dem Endhaken müsste es gehen, oder? Da! Da! Na, piss dich! Scheiße, ich bin schon wieder fast down. Snoop, kannst du mich kurz heilen? Ich hab' ihn. Komm mal her! Snoop! Snoop! Heil mich mal bitte kurz. Danke. Da oben hab ich jetzt noch einen erledigen. Kommen wir da irgendwo hoch? Hier, hier, auf das Ding. Nein. Scheiße. Ah! Wo kommt der denn her? Aber auf das daneben. Ne, kommen wir auch nicht. Warte mal, vielleicht so. Ja, ist klar, komm, ey. Fick dich doch. Holst du ihn? Ja, ja. Hab ihn. Mach sie heimisch schnell. Komm hoch, komm hoch. Kommt, klettern. Normal klettern. Wo kletternst du? Du weißt nicht hier. Was? Scheiße, da ist einer. Ja. Der schießt auf mich. Oh. Ich hab ihn, ich hab ihn. Da ist noch einer. Ach du Scheiße. Da kommen die Runner. Drecksack. Kommt hier hoch. Da sind noch viel mehr. Missgebotten Runner. Marsti, wo bist du? Kommt hoch. Komm hoch, Marsti. Ich bräuchte eine Pistole. Hab ich noch? Hab ich noch meine Pumpgun? Ja, sehr gut. Hä? Soki, wo kommt man hier hoch, bitte? Hier, an der Seite. Ah. Ich hör einen. Marsti, wo bist du? Ich hör einen. Ja. Wo war's? Hab ihn. Er ist down. Dann gehen wir mal gucken, was hier Sache ist. Warte mal, ich wüsste nicht so. Oh, in dem Tar ist voll geladen. Exter hat er dabei. Okay, langsam, langsam, langsam. Ganz nach oben, oder? Weil, bin mir nicht sicher. Ah, hier ist zu. Hier wird mir nach oben angezeigt. Wo ist? Was? Wo ist der? Über uns, über uns. Ja, wir müssen dann einen Weg nach oben finden. Ja, aber das war ein Geheimnis. Ja, aber jetzt mal langsam. Ja, ja. Ja, ja, ich guck ja nur. Links, rechts, da, da ist noch ein Treppenhaus. Ich hab grad seinen Kopf gesehen, Marsti, du auch? Ah, was war das? Wo ballern die denn? Sei vorsichtig. Scheiße. Muss so hoch, glaub ich. Jungs? Ja, wir sollten uns erst um die Typen kümmern dürfen. Bevor wir da hochgehen. Was sind die Arschlöcher? Kommt ihr? Nein, ich bin runtergefallen. Könnt ihr mich holen? Scheiße, 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 ich werd voll beballert. Von allen Seiten, ich bin tot. Ja, super, Leute. Ja, toll, Alter. Sind wir da hochgekommen? Hochgeklettert. Wenn ich jetzt runter springe, bin ich auch tot. Ja, also ich, äh, ja. Wir hätten das langsamer gemacht, damit da irgendwie geht. Ey, du musst da hochklettern, du kommst anders nicht hoch. Ja, ich... Ich rush doch nicht so vor. Ich rush doch nicht. Ich war doch nur auf den Ding. Ich bin da oben gewesen, dann hab ich einen gesehen, auf den hab ich geschossen und dann war's schon vorbei. Und schon sind meine Punkte wieder weg. Mal gucken, wo ich rauskomme. 150.000 verloren. Ich war fast auf 9, jetzt bin ich wieder. Ach du Scheiße, ich bin irgendwo außerhalb gespawnt jetzt. Oh Gott. Kommen wir da rein? Nein, jetzt müssen wir da... Oh. Nee, oder? Kommen wir da echt nicht rein. Überall Stachel. Geht nicht so aus. Und da ist ein großer... Du willst mich doch verabschieden. Doch, hier übers Auto. Keine Piste. Aaaaah! Ja, der Große hat mich auch noch erwischt. Halt's im Maul. Was? Übers Auto? Ja. Und dann an so'n Ding dran. Böhööö. Ja. Ich bin schon halb tot. Aaaaah! Masse, ich bin tot, kannst mich holen. Pff. Kommt halt einfach ein Runner und... Ja. Genau der. Äh. Ja. Äh. Der hat mich unterbrochen. Ich dachte, ich hätte... Ich sag, komm jetzt weg hier. Lass du mich heilen? Ich bin gleich wieder tot. Komm jetzt erst hier hoch. Der kommt auch hoch. Ich hör ihn. Egal, komm. Da jetzt aber nicht da rüberspringen. Wir haben dich direkt geballert. Wir müssen erst mal wieder hoch. Das Treppenhaus war hier. Naja. Wo ist denn der Snoopy? Ich versuch grad, die zu bekämpfen. Granate im Anflug! Was? Er schreit Granate im Anflug. Echt? Naja. Achso, ja. Ganz rüber. Kommt mit. Man kommt nur so hoch. Hä? Wo bist denn du hin? Komm. Hier lagen Zocki. Wenn machst du die, komm. Aber langsam vor. Es geht nicht langsam. Wir müssen hoch und dann müssen wir rüberspringen. So schnell wie möglich. Also hier hoch. Genau. Und dann ballert er euch wieder runter. Nee, du musst halt... Jetzt hier rüber. Und jetzt so schnell wie möglich hier hoch. Wieso nehmt ihr nicht einfach die Treppe? Geh. Weil die Treppe zu ist. Okay, ich bin drin. Nee. Ich bin über die Treppe drin. Ja, dann komm. Ich bin oben. Alter, das gibt's doch nicht. Wie viel hält der aus? Die sind schwer gepanzert. Was ist mit denen los? Ja. Scheiße. Wo schießt er? Alter. Nochmal, Alter. Jetzt sind wir auf die Armbrust. Wo schießt denn der hin? Der ist ganz oben an dem... Der ist tot. Ganz oben auf dem Kran. Da sind bestimmt noch mehr. Ja, ja. Ich hab ihn. Ich hab ihn. wieder runtergefallen. Da, hier. Meine Blickrichtung. Da schmeiß Nails weg. Okay. Oh. Ja, hast du vorbeigeschmissen. Ja, aber... Muss doch irgendwo sein. Da ist er. Da ist er doch. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Was? Was war das? Oh. Das war knapp. Ich brauch Munition. Aber da gibt's nur Gewehrmunition. Gib mir mal einen Bolz. Scheiße, ich hätt ihn fast gehabt. Ey, wenn er mal stehen bleiben würde. Wo sind die denn? Hab ihn. Einen hab ich. Nee, hab ihn nicht. Einen hab ich. Einen hab ich. Hab ihn. Okay, einen hab ich. Der wirft die ganze Zeit Granaten. Ja. Jetzt ist gut. Versuchst du ihn zu flankieren. Ja, ich hab sie flankiert. Ich muss mal denken. Okay. Du hast ihn flankiert. Gib den Tod. Ja, ich hab ihn zerstückelt. Der Basta. Da ist einer. Hilfe! Oh. Oba. Renn den. Verstehst du? Oba. Ja. Alter, der kommt. Der kommt. Der ist tot. Ich hab ihn niederzerstückelt. Niederzerstückelt? Ja. Ja. Ich bin der Zerstückeler. Da liegen nur mit zwei Hälften. Naja, sag ich doch. So, und nun? Äh. Wow. Was? Vorsicht! Zurück, 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 zurück. Nein. Diesmal nicht. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Was? Ist voll daneben. Nochmal. Er ist tot. Ja. Das dachte ich. Da ist noch einer. Geh weg, ich schieß Giftbolzen. Schieß. Schieß rein! Du hast daneben geschossen. Na, hey, musst du. Alter, guck mal, wie er jetzt erstickt. Tschüss. Wie er weggeflogen ist. Äh, was passiert denn gerade mit mir? Da ist noch einer. Hä? Ich komm da nicht rein. Oh, scheiße. Der schießt ihn doch runter! Hä? Der ist doch tot. Der bei mir packt er voll rum. Jetzt schmeiß ihn runter! Jetzt ist er tot. Da war doch noch einer, oder? Waren das jetzt alle? Ja, oder? Haben die hier verharrt, oder was? Diese Haare sind eigentlich mit drei Is-Scherchen. Wo ist denn bitte der Bruder? Such den Bruder! Da drin ist er nämlich nicht. Ist der vielleicht ganz da oben? Oh, nee, oder? Ich muss aufpassen. Hier, hier, hoch! Okay. Der Momentar ist voll. Nee, nee, der ist nicht da oben. Sicher? Ja. Egal, aber vielleicht liegt da oben eine gute Waffe oder sowas. Alles möglich. Oder der Tod. Oder der Tod. Der Tod steht hier gut, du. Ich bin schon oben. Nein! Nee, ich bin nicht nix. Oben ist nix. Also gut. Könnte der Bruder noch sein. Da hinten ist noch ein Container. Wo? Komm. Ja, so geht doch. Ja. Erpisst dich, Junge. Da ist er. Wir haben den Bruder gefunden. Orkan, noch am Leben. Der windet dich jetzt erstmal an. Oh, der hat ihm regelmäßig aufgeschlagen. Heilige Scheiße. Orkan. Kai, bist du das? Ja, ich will dir helfen. Nein. Hör einfach zu. Sie verfolgen uns. Wollten das Heilmittel öffnen. Ging nicht. Also fragten sie nach Mutter. Ich habe ihm nichts gesagt. Nicht reden. Spar deine Kräfte auf. Ich hole dich hier raus. Leuchtturm. Leuchtturm. Orkan, bleib bei mir. Verdammt. Leuchtturm? Ist er tot? Ja. Ja, er ist tot. Wenn du ihn trittst gegen's Face, davon wird er auch nicht wieder lebendig. Doch, Wiederbelebung! Alter, schau mal, hier liegen noch die Nägel auf dem Tisch. Und hier ist der Hammer. Warte mal, hier ist eine Karte. Ach, Böses Ayn hier. Die Banditen waren wirklich im Kornspeicher. Orkan auch. Sie haben ihn gefangen genommen und gefoltert. Möge der Gott der Sonne seine Seele bei sich auf der Berede zerraten. Weiß ich nicht. Er sagte, er hätte nichts gesagt. Er wollte mir aber etwas über das Heilmittel erzählen. Dass sie es nicht öffnen konnten? Dann ist noch etwas übrig, obwohl sie auf der Berede zerraten. Im Feld viel verschüttet haben. Weißt du, wo sie hingegangen sein könnten? Orkan, erwähnte den Leuchtturm. Ich sehe mich dort mal um. Danke, Bruder. Gib uns direkt ein Zeichen, wenn du diese Fiolen findest. Sie müssen sofort zur Mutter. Okay, Leuchtturm. Wir müssen zum Leuchtturm. Sind wir nicht in der Nähe vom Leuchtturm auch? Ja, sind wir. Was ist los? Oh nein. Oh nein. Oh, ich will heilen. Oh, ey, das ist schon gescheuert. Das. Ey, wir sollten uns langsam verpissen, Leute. Äh, hier geht es nicht runter. Ey, wir haben ein Problem, wieder runterzukommen. Obwohl, nee. Haben wir nicht. Oh! Oh! Okay, ich hab's. Ey, Leute, wisst ihr noch, wo die Autos sind? Mhm. Das wird nachts. Hier. Bei mir. Wir müssen jetzt zum Safehouse fahren. So schnell wie möglich. Ich hab kein Auto mehr hier. Wir sind gestorben. Doch. Doch, ich sehe doch die Autos. Ach, du Scheiße. Da sind sie doch. Hier, ich leuchte auf sie. Guck. Kommen sie zu mir. Bist denn du? Ich bin hier oben. Leute, kommt sie zu mir? Ja, Moment. Ich such grad, dass ich runter kann. Ach, ich bin wahrscheinlich schon eins tief aus hier. Okay, du kannst dich auch rüberschwingen mit dem... Komm doch mit dem Ding. Du, ja, du warst unter mir. Okay, Leute. Warte, bevor es losgeht. Ah! Gott, hab ich mich erschrocken! Ja, genau, ich wollte nämlich noch... Ja, jetzt... Was? Könnt ihr den mal wegmachen? Ja, ja, bin ja schon da. Hab ich das nicht gekauft? Scheiße, ich hab das gar nicht gekauft. Was ist das? Scheiße, mich doch. Ja, das Blaulicht hab ich nicht. Ich hab das Blaulicht nicht. Ja, können wir losfahren. Ich guck grad, welchen Safehouse in der Nähe ist. Ja, das war's. Vielen Dank.